Dann machen wir das so. Ja, hallo, mein Name ist Florian Schartner und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Podcastagentur Podmark mit dem Sitz im wunderschönen Barcelona und von hier aus betreuen wir natürlich sehr viele Kunden aus der Dachregion und ich bin heute so Gast, weil ich mit dem lieben Mario über ein spannendes Thema sprechen werde, nämlich wie weit ist die Verschmelzung vom Podcast YouTube, was ist jetzt eigentlich der Unterschied, wie sieht die Zukunft aus und was gibt es denn Geiles so am Markt. Also, auf geht's. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Florian, wir reden heute über Podcasts und gleich die Frage zu Beginn, wie hat sich der klassische Podcast deiner Meinung nach von nur Audio zu einem visuellen Medium hin weiterentwickelt, beziehungsweise hin oder weiterentwickelt? Hin oder entwickelt, ja, spannende Frage. Ganz kurzer Abriss, Podcast Audio 2007 gelauncht, 2017 so ungefähr in Deutschland angekommen als Business-Kommunikationsmedium. War ja nur Audio auf Apple und dann kam ja Spotify irgendwann dazu, die haben den Braten gerochen, die wollten ja auch Kohle verdienen. Dann gab es aber so ein paar Abweichungen von famous Podcastern, a la Joe Rogan, der das Ganze dann auch auf YouTube immer schon gepublished hatte sozusagen und peu a peu ist das Ganze dann praktisch auch so verschmolzen und jetzt geht es wirklich 2024 hardcore auf, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Podcast oder einem YouTube-Video, ist das eigentlich nur das Gleiche? Ja, also wie der Wechsel jetzt genau stattgefunden ist, das können jetzt alle mal nachvollziehen, aber es war dann einfach so, dass es viele Leute gab, die gesagt haben, ich stelle einfach meine Kamera da hin und schaue, was passiert und die stehen jetzt wesentlich besser da, als die, die es halt über Jahre hinweg verneint hatten. Genau, ich hoffe, das konnte so ein bisschen die Frage da klären oder beantworten. Meine nächste Frage wäre gewesen, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied genau zwischen einem Podcast und einem Podcast auf Video, YouTube-Video, also kannst du das so klar definieren? Also eine ist natürlich mit Bild, das andere ist ohne Bild, aber gibt es noch andere Unterschiede? Also es wird ganz klassisch, wir haben die zwei Lager sozusagen, die halt sagen, hey, Podcast ist nur mit Audio und ist halt nur auf Spotify für Apple, Google ist sicher diese Amazon, Google gibt es ja nicht mehr, Entschuldigung, YouTube Music sozusagen. Das ist praktisch nur ein reines Audio-Format, wo man ein bisschen was erzählt oder auch mal ein Interview macht, was auch, das ist vielleicht ein großer Unterschied zum YouTube-Video, wenn man länger so als 10 Minuten geht, also einmal irgendwie 20, 30 Minuten, eine Stunde oder wie es die Amis halt machen, teilweise zwei, drei Stunden. Ja, der Hardcore-YouTube, was ich jetzt so sehe als YouTube-Video, ist so dieser Production-Value, wo ich dann nochmal einen Unterschied sehe. Also wenn ich so einen Podcast machen würde und den als YouTube-Video umarbeiten würde, so wie es ich verstehe in meiner Blase, dann müsste es schon mit Effekten, mit B-Roll, mit Pop-Ups und so das Ganze ausgeschmückt werden, dass ich dann auch sage, hey, das ist jetzt ein handfestes YouTube-Video für mich. Aber ja, generell machen es halt die wenigsten. Also ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Content-Recycling und ich denke mir immer, wenn ich nur eine Kamera aufstellen muss, um das auch auf YouTube bringen zu können, dann sollte ich es tun. Dabei bleibt es ja nicht. Also du hast ja eben schon gesagt, wenn man den einen oder anderen Anspruch hat an sein Video, dann sollte man vielleicht ein bisschen tiefer reingehen und auch über Effekte nachdenken und so weiter und so fort. Ich rede jetzt mal aus eigener Erfahrung. Wir zeichnen auf mit Riverside, so wie wir beide jetzt. Da gibt es eine ganz ordentliche Qualität an Video. Wir machen es natürlich dezentral. Also du sitzt jetzt in Barcelona, glaube ich. Ich sitze hier im schönen Taunus und wir sind weit auseinander, müssen nicht zusammenkommen und wir machen es einfach ganz schlicht. Wir nehmen die Aufzeichnung, hauen Intro davor, hauen Outro dahinter und bringen es online. Aber ob das dann wirklich langfristig der große Bringer ist, kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Aber ich denke mir, bevor ich es gar nicht mache, mache ich es halt. Würdest du da irgendwie anders vorgehen? Beides. Das ist immer, ich denke, eine Sache ist immer die Zeit, die man dafür aufwenden will. Das Budget, was halt vorhanden ist, wenn man da jetzt einen Mitarbeiter dransetzt, der das dann auch mal aufbereitet, beziehungsweise eine Agentur hat. So wie wir dir das Ganze cutten, dann ist es natürlich jedem aufwendiger, das ist das an der Kost spieliger. Erfahrungsgemäß jetzt, weil wir halt beides haben. So, es ist nicht der fette Unterschied und jetzt werden wir wahrscheinlich die ganzen YouTube-Jünger gleich killen bei der Aussage. Du kannst natürlich diese Mega-Production-Dinger machen, wie gesagt, mit Effekten, mit Untertiteln, mit Einblendungen, B-Rolls, ETC, was du halt alles haben willst. Oder du machst das so, wie du sagst, einfach Intro, Outro, vielleicht ein kleines Namensschildchen noch drunter. So, wer ist jetzt der Florian, wer ist der Mario und abonniere den YouTube-Kanal und beim Outro ein Call-to-Action aufs nächste Video. Und es wird auch schon reichen, weil wir haben gemerkt, also wir haben da so eine Handvoll Kunden, für die man das wirklich eins zu eins so machen. Und die Aufrufzahlen im Vergleich zu denen, die heute sehr, sehr aufwendige Videos machen, ja, das ist vielleicht 15, 20 Prozent weniger werden die geklickt als diese mega produzierten Videos. Muss ich dann wahrscheinlich auch dazu sagen, dass wahrscheinlich die deutschsprachige Audience aus der Dach diesen amerikanischen YouTube-Style, der ist zwar ganz cool, aber den finden halt wahrscheinlich nur die YouTube-Agenturen oder wir geil. Aber die End-User finden das wahrscheinlich ganz schön nervig, wenn man die ganze Zeit irgendwie so Katzen und Hüpfer und, also Alex Homozi ist ja so der Halbgott, der da irgendwie angepriesen wird und den es alle versuchen zu kopieren in seinem Videostil. Stark Zielgruppenabhängig, dann wird natürlich auch wieder, aber ich sehe es jetzt, lehne ich mich erst aus dem Fenster, ich sehe es nicht so als notwendig, dass man diese extreme Produktion-Welle da reinhaut, speziell, wenn es halt nur ein Podcast ist. Okay. Wie würdest du denn jetzt priorisieren, also Podcast und dann YouTube oder YouTube und dann Podcast? Also wenn man so fit ist, für ein Speaking hier, wie du zum Beispiel, dann sofort alles beides machen. Wir haben viele Sachen auch oder Personen, die sich das sehr schwer tun, für die das echt eine Überwindung ist, jetzt überhaupt nur einen Podcast zu machen, rein im Audio. Dann würde ich schon drauf plädieren, start erstmal mit dem reinen Audio-Content, also produziere erstmal nur mit Mikrofon. Da kannst du von mir aus total unausgeschlafen, zerzaust, mit roten Augen, unausgeschlafen überall sitzen, mit einem Kaffee auf dem Balkon und machst eine Podcast-Folge und es wird keinen Mensch interessieren. Im Gegenzug natürlich dann, wenn du YouTube mitmachen willst, natürlich reicht, jetzt kannst du ja natürlich ein gutes iPhone dahin stellen, aber da musst du ja schauen auf die Beleuchtung, passt die Umgebung, wirst nicht gestört und dann natürlich auch, also sauber frisiert, sauber angezogen. Da können wir halt noch mehr Faktoren drauf und ich habe es auch schon gemerkt von Podcastern, die jetzt über 100 Folgen online haben, die das eigentlich runterrappen ohne Probleme, da stellst du eine Kamera hin und dann fangen die an zu stottern und wird halt dann nicht so geil. So, also Übung macht den Meister, jemand der bei Null startet, mach lieber erst einen Podcast, nur Audio und dann kannst du ja peu a peu Video hinzubauen. Muss man ein bisschen der Typ für sein, vielleicht nicht so unrasiert, wie ich jetzt hier sitzen. Wir sind beide unrasiert, genau, aber es sei uns verziehen heute. Bei mir ist ja, ich brauche eine Woche für so ein Bart, bei dir ist es eine halbe Stunde wahrscheinlich, genau. Nee, bei mir sind es zwei Wochen tatsächlich, also an dem habe ich jetzt schon ein halbes Jahr gekämpft. Lassen wir das, kommen wir wieder zum Wesentlichen, obwohl das ist eigentlich ein Wesentlichen, nein, lassen wir das. Ist das gut, den gleichen Content, oder deiner Meinung nach, ist das gut, den gleichen Content zweimal zu publishen, also einmal auf Audio und dann auch nochmal als Video? Eins zu eins ist gleich, ja. Ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, bei Google und Duplicate Content und du würdest ja abgewatscht werden, wenn man eins zu eins ist gleich und die Audienz würde sich kannibalisieren. So, und jetzt haue ich mal ein Statement raus, nein, es ist nicht so, also zumindest bei den Podcasten, die wir betreuen, wir haben eins zu eins der gleiche Content, der geht als Podcast raus und dann geht er vielleicht ein bisschen zeitversetzt auf YouTube raus. Ist aber wirklich das Gleiche und das Spannende dabei ist, wenn die Person, also der Podcast-Host dann praktisch die Leute fragt, hey, kennst du schon meinen Podcast? Dann sagen die, nö, keine Ahnung, ich konsumiere nur einen YouTube-Kanal und umgekehrt genauso. Also das ist, wo die Leute sitzen, wo sie es konsumieren wollen, da muss der Content halt da sein und das kann wirklich eins zu eins das Gleiche sein. Also wenn wir jetzt rein von Effektivität von dem Ganzen sprechen und ich will wenig Zeit investieren, kann man wegen Gewissens eins zu eins den gleichen Content rausballern auf beiden Plattformen. Ja, glaube ich auch. Also grundsätzlich ist es ja so, es sind ja unterschiedliche Suchsysteme und die konkurrieren ja in dem Moment nicht. Wenn ich jetzt zwei gleiche Inhalte bei Google online bringen würde, dann könnten wir wieder darüber reden, ob die sich kannibalisieren. Von Abstrafung will ich gar nicht reden, aber dass sie zumindest nicht ins Ranking kommen, weil man zwei gleiche Inhalte hat. Aber wir spielen ja hier unterschiedliche Suchsysteme und wenn ich die Audiospur auf Spotify, Soundcloud, Google Podcast, was auch immer, was hatten wir als letztes, Apple, reinspiele, das sind ja eigene Suchsysteme. Und wenn ich das auf YouTube nochmal spiele, das widerspricht sich ja erstmal nicht. Dementsprechend, ja nochmal, ich bin ein Fan von Content Recycling und gerne den gleichen Inhalt auf möglichst vielen Plattformen spielen. Warum nicht? Es gibt natürlich immer ein paar Menschen, die beide Plattformen nutzen, aber so what? Dann sehen sie es halt doppelt oder klicken es dann halt weg oder wie auch immer, aber per se... Das macht gar nichts. Sehe ich auch so. Also ich kann einen kleinen Einwurf machen, zum Beispiel jetzt bei Podcasts. Der Content, wenn der heute länger ist, man kann es gerne kopieren. Es gibt ja diesen Diary of a CEO Podcast oder die anderen Podcasts, die gehen halt über eine Stunde teilweise. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder einen Podcast machen soll, der eine Stunde geht. Aber du kannst ja auch mit diversen KI-Tools jetzt mittlerweile in der Haus einfach diese Videodatei rein und diese schnipselt die dann nochmal auf, verdröselt die auf in so 5 oder 10 Minuten Chunks. Und dann kannst du dir nochmal als so, jetzt in eurem Fall dementsprechend OMT, ich würde nicht sagen Shorts, aber so Cut-Aus-Szenen einfach, wo man sagt nochmal, wo ein gewisses Thema angesprochen wird, 5 Minuten lang, dann hast du nochmal ein extra Video. Ja, tatsächlich machen wir das seit kurzem erst. Genau. Ich glaube jetzt den dritten oder vierten Podcast von den gefühlt 200, die wir schon gemacht haben, haben wir jetzt angefangen, einzelne Fragen in dem Podcast zu einzelnen Kurzvideos zu machen und hauen es auf TikTok, hauen es an Instagram-Stories und vor allem auf YouTube-Shorts. Und gerade bei YouTube merken wir da einen krassen Traffic-Anstieg, dadurch, dass wir halt aus einem Podcast, der auch online geht, nochmal 5 bis 7 Kurzvideos machen und theoretisch eine ganze Woche lang dieses Video nochmal nutzen oder diese Videos nutzen können, um unsere Kanäle zu bespielen. Das funktioniert sehr, sehr gut, mal besser, mal schlechter, aber insgesamt sind die View-Zahlen gerade auf YouTube massiv nach oben gegangen. Ja, also das ist halt so ein Long-Term-Game und hier nur die Empfehlung, du kannst ja jetzt den Post raushauen oder diese Shorts und die kannst du irgendwie sechs oder acht Monate später halt nochmal raushauen, eins zu eins, dann haben sie alle wieder vergessen, aber dann kloppt das halt nochmal auf. Also wenn du da irgendwie so ein Social-Media-Publishing-Tool verwendest oder du planst das direkt auf YouTube rein, dass die jetzt gehen ja am 23. Mai raus und am 15. Oktober gehen die gleichen halt nochmal raus, das merkt kein Mensch so von dem her, aber dann hast du es halt nochmal recycelt. Ja, macht Sinn. Welche Vorteile bietet denn deiner Meinung nach YouTube im Vergleich zu den klassischen Podcast-Plattformen? Oh ja, die klassischen Podcast-Plattformen, jetzt sage ich einfach mal Apple und Spotify, die zwei, die halt den dicksten Marktanteil haben, die sind so ein bisschen anarchistisch unterwegs, also das kannst du ja auch wahrscheinlich bestätigen, das ganze Tracking von den Downloads ist sehr dubios von den Aufrufzahlen. Die Retention-Rates anschauen, du schaust in Spotify in die Statistik rein, ich werde da heute immer noch nicht schlau draus, dementsprechend du kannst nicht kommentieren auf die Episoden, du hast bei Apple, kannst halt nur, ja der Kanal ist geil und fertig und bei Spotify kannst du irgendwie einen Senf dazu machen für eine Episode, kannst aber nicht wirklich darauf antworten, kannst zwar Umfragen reinpacken auf Spotify, die auch wieder keinen Menschen interessieren. Und jetzt kommt halt YouTube als Podcast-Plattform ins Spiel, lustigerweise, die haben ja auch dieses Feature jetzt, YouTube kann ja auch einen Podcast importieren mit dem RSS-Feed und YouTube ist ja so ein Community-Tool, also die Leute können ja unter den Podcast folgen oder wenn das ein Video ist, da kannst du kommentieren und antworten. Das heißt, du kannst schon ein Netzwerk da aufbauen und du kannst die Interaktion fördern zu deiner Zuhörerschaft. Das schaffst du halt bei den anderen Plattformen gar nicht und die Auswertung, die Statistiken, wie lange die Leute die Folgen anhören, das ist halt super easy peasy überschaubar. Und von der Vermarktung her ist ja auch, YouTube ist ja eine, die wollen ja Geld verdienen mit dem Ganzen, die anderen, die weiß nicht, ob sie das extrem schwer tun oder ob sie das nicht machen wollen. Aber deswegen, alles was so Metriken sind und alles was irgendwie, dass du es bewerben kannst mit Ads, da ist halt YouTube absolut weit vorn. Ich glaube sogar bei den Amis ist jetzt Nummer 1 Plattform für Podcast-Konsum ist sogar YouTube. Ja, interessant. Also die Entwicklung ist spannend. Jetzt hätte ich dich gefragt, wo geht der Trend hin? Wird das bei uns auch so sein, dass YouTube Plattform Nummer 1 wird oder nicht? Ja, bestimmt. Also das wird kommen, einfach weil die anderen halt nicht nachziehen und speziell jetzt für den Business-Bereich, also ein B2B und ein B2C. Ja, lookisch ist das cool, weil du hast ja eine Folge oder du hast ein Video, da kannst du direkt gleich Ads draufschalten. Das ist ja alles verbunden, da kannst du Retargeting machen. Wie heißt das? Discovery-Ads auf YouTube schalten, so das Ganze, das ist ja super geil. Und du hast das halt direkt alles in einer Plattform mit Google verbunden und du ploppst da nur auf jetzt ein, den Suchanfragen mit SEO und so das Ganze. Das ist ja alles ein Haufen und von dem her sehe ich schon so, dass YouTube da auch das Schwert oder das Zipter übernimmt im Vergleich zu Spotify und Apple. Bist du mit TikTok warm? Kommt drauf an, wie schwer das ist. Es gab letzte Woche die Meldung, dass TikTok jetzt 60-Minuten-Videos akzeptiert. Ja, kam letzte Woche raus, war ja die ganze Zeit, glaube ich, auf drei Minuten. Es gab mal Tests mit zehn Minuten, ich weiß nicht, ob das noch aktiv war. Seit letzter Woche sind 60-Minuten-Videos im Testing. Ich weiß gar nicht, ob es jeder schon machen kann oder es nur ausgewirkten Usern ist. Theoretisch wäre das ja jetzt auch eine Möglichkeit für die Podcasts, die nicht länger als 60 Minuten sind, auch theoretisch auf TikTok das komplette Video online. Also meine Podcasts sind nie eine Stunde lang. Ich glaube, ich habe drei Folgen, die länger gingen als eine Stunde. Aber theoretisch könnte ich nicht nur die Kurzform auf TikTok bringen, sondern ich könnte jetzt auch den gesamten Podcast auf TikTok bringen. Puh, ich würde es austesten, aber ich glaube, dass die User-Base schon so weit geframed ist, dass sie irgendwie einen totalen Schock bekommen, wenn dann 60 Minuten wieder auf einmal aufploppt. Ich weiß nicht, es gab ja mal Instagram-TV oder sowas. Da konnten wir ja auch Longform-Videos hochladen. Das waren dann auch für die Cuts so ein bisschen. Natürlich, die riechen den Braten, die wollen da auch Kohle haben dafür. Dann können sie dann mehr Werbung einspielen. Ich weiß nicht, ob jetzt Podcasts oder irgendwie ein 60-Minuten-Video auf TikTok an, dann gehe ich gleich auf YouTube so zum Anschauen. Bei Spotify ist ja genau das Gleiche. Du kannst ja auch, Spotify für Podcasts, du kannst ja alle Videos hochladen. Dann werden die halt auch angezeigt als Video auf Spotify für einen Podcast. Schaut aber auch keinen Mensch an. Du bist es halt einfach gewöhnt, dass wenn du ein Video anschaust, dann gehst du halt auf YouTube. Also ich weiß nicht, wie weit sowas cool wäre. Ja, ausprobieren kostet ja nichts. Austesten auf alle Fälle. Was ich geil finde, oder haben wir so eine Frage, was meine Empfehlungen wären? Nö, oder kann ich jetzt schon was raushauen? Nein, hau raus. Ich hau raus. LinkedIn hat jetzt auch so dieses 9 zu 16 Video-Format jetzt seit einem Monat. Und also da diese Shorts, wenn du sagst, du haust dir auf YouTube raus, ich würde dir auch noch mal auf LinkedIn raushauen. Und was mit Podcasten mega geil funktioniert, ist dieser LinkedIn-Blog. Bei LinkedIn kannst du ja Blogpost erstellen, Slash Newsletter, den können ja die Leute abonnieren. Und du siehst halt, wie viele Abos du hast. Und du siehst auch, wer den Blogpost dann liest oder wer, nachdem man den gelesen hat, mit deinem Profil interagiert hat oder deinem Profil besucht hat. Also speziell auch wieder B2B und B2C. Und ich mache dasselbe jetzt seit einem Monat für meinen eigenen Podcast und YouTube-Kanal eben so abwechselnd zum Ausprobieren. Die Podcast-Zahlen, die Downloads, die Aufrufe haben sich jetzt verdoppelt im letzten Monat. Jetzt bin ich erst kurz dabei, so jetzt noch keine irgendwie, ne. Jetzt habe ich schon fünf Jahre die Podcast-Agentur, aber sie ist erst seit einem Monat ein Podcast oder seit zwei. Schande über mich. Aber jetzt ist das auch mal raus. Also die haben sich verdoppelt. Und du kannst das Ding halt mit diversesten KI-Tools, die halt wirklich, du machst einen Podcast fertig, du haust den in den Transkribierer rein, und dann, ja, mit ChatGPT oder mit, wir haben da so ein paar andere Podcast-Tools, die schreiben dir heute einen Blogpost raus. Natürlich musst du da nochmal drüber lesen, aber der ist jetzt nicht so ganz unschlecht so. Das ist schon sehr, sehr, sehr easy erklärt. Man sagt, du schreibst es um für eine LinkedIn-Audienz, in der Sie-Form vielleicht. Keine Ahnung. Und dann haut er da einen Blogpost raus, packst rein. Und ich habe mittlerweile, was ist denn, 400 Abonnenten auf dem Ding drauf. Und das waren jetzt irgendwie sechs oder acht Beiträge. Also super easy. Also mit Aufrufzahlen so immer über 100. Und es kostet mich faktisch fünf Minuten und einen Kaffee, so ungefähr. Ja, das ist spannend. Also das ist schon geil. Also wir sind gerade dabei, unseren YouTube-Kanal insgesamt ein bisschen aufzumotzen. Es geht jetzt einen Ticken weg vom Podcast. Also wenn wir bei unserem Podcast machen, so wie wir beide ihn ja jetzt gerade aufnehmen, da kann man sich das ja dann auch anschauen, der wird auch genau so auf YouTube gehen. Wir nutzen aber jetzt hier das Tool oder das Format Podcast tatsächlich auch, um coolere YouTube-Videos zu machen. Gerade wenn man wieder dieses Problem hat, dass man ja nicht die Leute vor Ort hat oder immer zu denen fahren kann, um Videos aufzunehmen, dass wir eine Interview-Form machen, um YouTube-Videos zu kreieren. Ich als Fragesteller werde da nicht erscheinen, aber aus dem, was die andere Person baut, kann man auch ein geiles YouTube-Video theoretisch bauen. Und das Format ist dann eher so fünf bis zehn Minuten lang. Und das, das wissen wir alle, ich glaube, warum Podcasts sehr häufig nicht so funktionieren auf YouTube, ist vor allem, weil der Start meistens etwas zu zäh ist. Also auch wir Podcaster haben natürlich den, also wir machen ja meistens ein Intro vorne, es gibt einen Jingle und dann musst du relativ schnell reinkommen, weil sonst, ich rede immer von der Podcast-Todeszone, wenn du zu lange brauchst, um interessant zu werden, und dann springen dir die Leute ab. Ich glaube, auf YouTube ist das noch intensiver. Auch hier gilt, genauso wie auf Facebook ist es noch, oder Facebook, TikTok ist es noch intensiver. Da hast du vielleicht nur ein paar Sekunden Zeit. Bei YouTube hast du vielleicht zehn bis 30 Sekunden Zeit, bis du interessant sein musst. In einem Podcast hast du vielleicht ein, zwei Minuten Zeit, um richtig interessant zu werden. Also ein Jingle ist jeder bereit, noch über sich ergehen zu lassen, aber dann sollte es relativ schnell ins Thema gehen. Und ich glaube, dass wenn man den Podcast weiter so macht, wie er als Podcast attraktiv ist, dann hat er auf YouTube etwas längere Anlaufthemen. Ich glaube, dass man, wenn man es richtig gut macht, den Podcast am Anfang auch noch ein bisschen YouTube-Style zurechtschneiden muss, um noch erfolgreicher zu sein. Das sage ich jetzt allerdings nur aus der Theorie. Ich bin da selbst kein Profi, aber ich habe mich irgendwo mal eingelesen, insofern in eine Studie, das ist schon sehr lange her, ich würde sie jetzt auch nicht rekonstruieren können komplett, beziehungsweise wo ich sie gefunden habe. Ich erinnere mich aber daran, da ging es um Facebook-Videos, dass man innerhalb von drei bis fünf Sekunden den Menschen gegriffen haben muss. Und bei YouTube-Videos sind es eher so 15 bis 30 Sekunden, die man Zeit bekommt. Das kann sich auch mittlerweile ein bisschen verändert haben. Fakt ist aber, um das vielleicht das Fazit des Ganzen ist, beim Podcast habe ich einen Ticken mehr Zeit. Auch nicht viel mehr Zeit, aber ich habe, weil da ist das Jingle, etwas, was irgendwie dazugehört. Das ist jeder gewohnt. Und danach muss es aber auch relativ schnell interessant werden. Weshalb ja auch viele in dem Podcast am Anfang erstmal einen Ausschnitt des Podcasts bringen, wo irgendein interessantes Statement rausgehauen wird. Oder ja genau, so ein Cliffhanger. Und ich glaube, dass die Geduld des Users auf YouTube und bei Podcasts nicht genau die gleiche ist. Und das ist meine Meinung. Ich weiß, der Glaube gehört in die Kirche und wir müssen das testen. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir da eine etwas längere oder einen unterschiedlichen Geduldsfaden haben beim User. Aber wenn man das auf YouTube vielleicht noch ein bisschen attraktiver macht oder vielleicht auch den Podcast noch schneller auf den Punkt, noch schneller ins Thema reinkommt, dann werden auf jeden Fall beide Plattformen profitieren. Und ich glaube, dass YouTube dann auch noch ein besserer Hook werden, noch eine bessere Plattform für dich werden kann. Meine Meinung. Kann ich so unterschreiben? Ja. Also ich könnte es auch eins zu eins so rüberziehen für einen Podcast. Also viele Podcasts könnten ja davon profitieren, wenn die Leute mal früher zum Punkt kommen würden. Also bestes Beispiel für mich ist wirklich so Diary of a CEO. Für alle, die englischsprachig unterwegs sind. Wie die das meistern, weil die bauen wirklich so die Tension auf, die Spannung, Zitat, Zitat, Baller, Baller, Baller. Und dann, was passiert jetzt? Und dann geht es ab in die Folge und dann kommt die Vorstellung, hey, hello everyone, this is blah, blah, blah. Das ist also wirklich geil. Aber dann muss man sich jetzt, dann muss man sich wirklich mal ein bisschen tiefer mit dem Thema auseinandersetzen und dann brauchst du auch jemanden, der das nochmal sauberst überarbeitet. Also dann ist auch nochmal ein größerer Aufwand vorhanden. Der Return on Invest kann natürlich wesentlich größer sein im Vergleich zu, wenn man es halt nicht macht. Aber ja, also mehr Planung sowieso, das würde ich mal von vielen Podcastern erwünschen, so mit dem Fokus auf What's in for me, als Zuhörer, anstatt dass das irgendwie zur Ego-Party ausrastet und ich bin ja so geil und ich habe neulich einen Kaffee getrunken und keine Ahnung, was eh keinen interessiert. Also mehr Wert, mehr Value für die Audienz bereitstellen und auch vielleicht mal 10 Minuten überlegen, bevor man das Mikro einschaltet und irgendwas aufnimmt. Florian, zwei Fragen habe ich noch für dich. Technik und Komplexität mit Video. Viele Podcaster scheuen, zumindest höre ich das immer wieder, davor zurück, auch Video zu machen. Wir haben am Anfang schon mal ein bisschen drüber geredet, dass der ein oder andere es vielleicht auch nicht machen sollte am Anfang, wenn er da auch seine Probleme mit hat. Wäre es deiner Meinung nach ein wichtiger Schritt, beides zu machen? Und gleich eine Folgefrage, wer sollte den Schritt auf keinen Fall machen? Wichtig auf alle Fälle, wenn man es machen will und kann, dann sollte man es machen von der Technik her. Wie gesagt, es gibt sehr Komplexe, sehr sauteure und hochsensible Technik. 2024 braucht man es natürlich nicht mehr. Also wir haben wirklich einen Kunden und wenn ich den Namen raushauen kann, dann können die Damen und Herren einmal suchen. Darf ich den Namen nennen? Ja klar, hau was. Okay, das ist der David Bachmeier. Können wir einfach mal eintippen in YouTube. Der sitzt wirklich mit seinem iPhone auf der Dachterrasse mit einem Glaslwasser. Der kommt aus Dingolfing. Road Wireless Go 2, so du hast ja einen DJI-Mic und der hat jetzt von Road das Gleiche mit so einem Stöpsel drauf und der macht halt damit seinen Podcast und seinen YouTube-Kanal. Super easy peasy, null technische Hürde, das war für ihn auch super wichtig und dann kannst du auch für mich aus im Urlaub am Strand, beim Café, kannst du halt überall die Sachen machen, was auch für viele einmal so die Hindernis ist, wo auch wenn du jetzt komplexe Technik hast, dann Soundcheck und Beleuchtung und der ganze Käse, Batterien leer, SD-Karte voll, brauchst du alles nicht zum Start. Also ich hatte letztens eine Frau, bei der war schon Panik, also irgendwie musste ein USB-Kabel an den Rechner angeschlossen werden, dann war es schon vorbei so. Dann haben wir gesagt, jetzt kauft ein DJI Osmo Pocket 3, der geht sogar mit, so Handheld, Gimbal, Kamera, mit Mikrofon, musst einfach nur einschalten und drückst auf Rekord und dann schiebst du es halt rüber. Fertig. Also super easy. Was war die zweite Frage? Die zweite Frage war, wer sollte den Schritt auf keinen Fall machen? Wer sollte den Schritt auf keinen Fall machen? Ja, also Schritte, also ich weiß nicht, ist die erste Frage damit beantwortet, so ungefähr? Ja? Wer sollte den Schritt auf keinen Fall machen? Ja, wenn man halt furchtbar ausschaut sozusagen, also die Sache ist ja die, wenn man, ich bin ja so sehr in der Coaching-Bubble oder B2B-Bubble unterwegs, von den Podcastern, die wir jetzt haben. Wenn man halt sich als absoluter Platz hier positionieren will und da sagt, ich bin jetzt der Geilste, der da rumläuft, dementsprechend, und dann geht man vor die Kamera und es schaut irgendwie nicht so geil aus für jemanden, der jetzt da Claims raushaut, ihr würdet ja 50.000 Euro im Jahr kosten oder 100.000 Euro oder was weiß ich so, dementsprechend, oder wenn man wäre ein Premium-Anbieter und man sitzt mit so einem Jabra Bluetooth-Headset da und spricht in sein MacBook-Webcam-Teil rein, dann ist es, oder man macht einen Zoom-Call, dann ist es eher schädigend fürs Image. Man muss da schon immer drauf aufpassen, dieses Argument, das kennst du wahrscheinlich auch, ja, die Qualität ist ja nicht so wichtig, aber der Inhalt ist ja da. Da drehen sie halt bei mir immer die Fingernägel auf. so, das ist halt auf Fußgänger. Ich würde sagen, da verweisen wir mal an unseren Podcast, den wir vor gefühlt zwei oder drei Jahren aufgenommen haben, da haben wir sehr viel über das Thema Technik, schon länger her, da haben wir viel über das Thema Technik geredet, den können wir ja mal in die Shownotes packen, also wer sich den auch nochmal anhören will, da haben wir sehr viel auch über ein Equipment geredet und so weiter. Du bist immer noch der Meinung, Professionalität im Ton steht über allem? steht über allem, aber es, also mittlerweile bin ich, es gibt so ein Minimum Level und das Minimum Level ist halt, wie du sagst, so ein DJI-Mic, so ein Wireless-Mic oder sowas, ab 100 Euro, so mittlerweile kosten die Dinger halt so ab 100 Euro. Alles, was drunter ist, finde ich immer noch scheiße, Entschuldigung den Ausdruck, aber so ab 100 Euro sind wir jetzt auf so einem Level, was du es auch in der Post-Production gut hinbügeln kannst. Vor zwei, drei Jahren, da musste man halt noch 300 Euro oder 200 Euro in die Hand nehmen oder keine Ahnung, mittlerweile sind die Dinge ja schon billiger geworden, gibt es komplette Lösungen, die halt echt super geil sind, bin ich auch großer Fan davon. Die Wahrnehmung muss halt eine Kohärenz haben zu dem, was man anbietet oder verkaufen will und wenn man halt nur Audi hört, dann braucht man halt nur guten Sound, wenn da aber Video hinzukommen soll, dann sind es wieder diese vielen Aspekte, die nochmal auf die Wahrnehmung einschlagen und dann schießt man sich vielleicht ein fettes Eigentor und macht die Marketing. Ich sage immer, also ich nutze jetzt einen DJI, ich muss sagen, das war deutlich teurer als 100 Euro, aber seit wir das, das ist das 1er nur? Ich weiß es gerade gar nicht, ich habe hier so ein komplettes, das ist relativ neu, war eine Empfehlung von jemandem bei uns in der Speaker Academy. Ich muss sagen, seitdem wir das nutzen, habe ich eine bessere Qualität drin als mit meinem alten Road, mit dem ich eigentlich auch happy war, aber ich sage immer, die Mindestqualität ist, dass man im Auto nicht lauter machen muss. Also wenn du einen Podcast im Auto hörst und du musst lauter drehen, damit du ihn richtig verstehst, im Gegensatz zum normalen Radio, dann finde ich es anstrengend. Dann finde ich es anstrengend, dann finde ich auch die Qualität zu schwach. Also das ist so mein Wertegefühl. Ich sage jetzt nicht, dass das jeder so empfinden muss, sondern ich empfinde es anstrengend, wenn ich einen Podcast anmache und ich muss das Radio lauter machen, damit ich ihn verstehe, dann ist bei mir in der Grundqualität ein Problem drin. Und wenn es dann auch noch rauscht, weil je lauter ich es mache, deswegen meistens hörst du dann auch eher so Nebentöne, das finde ich persönlich in meinem Werteverständnis zu anstrengend und deswegen habe ich mich immer darauf fokussiert, und wir hatten am Anfang auch echte Fehltritte, also gerade so die ersten zehn Folgen definitiv, wo ich dann gesagt habe, ja, da halte ich zu sehr oder was auch immer. Und ich merke so richtig, seitdem ich das andere Vorgängermikro hatte, da kam nichts mehr aus der Community. Also vorher kam immer mal so ein Kommentar mit, oh, Qualität ist echt anstrengend zu folgen oder wie auch immer, jetzt passt das und jetzt habe ich natürlich das Glück, dass wir auch eine gewisse Community im Hintergrund haben, die uns das auch sofort zurückspielt, wenn es mal nicht so cool ist oder wenn wir mal einen Fehler geschnitten haben oder was auch immer, kann ja alles passieren. Das haben nicht alle, aber wer natürlich da schon ein bisschen tiefer drin ist und so weiter, der wird relativ schnell merken, dass mit einer guten Qualität auch in der Regel die Verweildauer in dem Podcast länger bleibt, also sprich auch mehr Leute den abonnieren und das geht eigentlich relativ schnell sogar, finde ich. Also bei uns war das zumindest damals so. Ja, ich finde es immer wichtig, also was du sagst mit dem Auto, klar, ich fahre wenig Auto hier in Barcelona, aber klar, der Sound, also ist entscheidend, wenn das ein Mitarbeiter dann, also Nachbearbeitung findet, sowieso essentiell, also denoising und dann nochmal Lautstärke angleichen, equalisen, das Cutten, das ist schon essentiell wichtig, gibt ja auch viele Abenteurer, die sagen, das wäre total unnötig und dann ist es halt leider für den Arsch, also es ist wirklich so, außer du bist jetzt der absolute Mega-Speaker, der ohne Ehr und Komma und alles super meditiert da raushaut, was ich stark bezweifle bei vielen, die sowas starten, nein, das ist schmarrn, ich mache schon viel Ehr oder sowas, keine Ahnung, jetzt lass nicht drauf ankommen, geht schon los, aber, das ist dann so eine Sache, also in der Post-Production ist es schon wichtig, dass da jemand sagt, so hey, der Sound war nicht cool oder wir mussten halt so viel glatt bügeln, machen wir das und mal das, so diese aktive Verbesserung und bei dir ist, du hast eine aktive Community und die Leute finden ja die Community geil und es ist also deine Absicht, dass die Leute da aktiv mit dabei sind, aber es gibt viele, die da einfach abspringen, die gar nichts sagen, die einfach so denken, boah, ist der scheiße, ich höre den nie wieder an, also wenn Podcasts neu rauskommen und ich sehe die auf Facebook oder auf LinkedIn, ich höre mir nochmal zwei Minuten an und schreibe mir Amazon-Kommentar, wenn der Sound halt kacke ist oder keine Ahnung oder wenn die schon länger dabei sind und dann kommt öfters mal zurück, ja vielen Dank, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert und dann hat gesagt, es wird sich auch wahrscheinlich keiner beschweren, weil die gehen halt dann einfach woanders hin, so das ist halt, ich habe eine Auswahl, wieso soll jetzt da sagen, Entschuldigung, der Sound ist komisch, viele können es ja gar nicht bewerten, so das ist einfach anstrengend zum Anhören und dann, ja, weg, dann pfeifst du mal halt nicht mehr rein, dann höre mal halt den Nächsten, fertig. Ja, ich bin schon bei dir, also es gibt natürlich, das Schöne ist, wenn du eine Community hast, die dir halt auch helfen möchte, die sagen dir sowas, weil wenn du, du verlierst halt zu viel auf der Strecke, du musst halt auch auf die Leute hören, ich bin voll bei dir, Equipment ist wichtig, mein Cutter, ich weiß noch, wie er am Anfang über vieles gemeckert hat, und mittlerweile ist er ganz happy mit dem, was wir tun, aber man muss halt auch dran arbeiten und so wie man sich in seinem Job immer weiter verbessern will, sollte man das vielleicht auch in Sachen Infrastruktur tun, wenn man sich es dann irgendwann auch leisten kann und dann vielleicht mal 50 Euro mehr investieren, was ja echt keine Summe ist, um einfach eine deutlich höhere Qualität zu bekommen. Florian, eine Frage noch und die, ja, ich kann es nicht lassen, kein Podcast ohne das Thema KI und ich möchte es auch hier mal anbringen, wie siehst du die Zukunft von KI-Content in Bezug auf Podcasts und YouTube? Ja, es gibt ja diverse Tools und wir haben ja schon mal diverse Dinge auch ausprobiert mit Eleven Labs und sowas für ein paar Kundenprojekte, einfach, das waren so Dummy-Sachen und es gibt auch eine, oh, da gibt es, kann ich da im Nachgang zuschicken, es gibt auch eine KI-Software, die halt speziell für Podcasts zugeschnitten ist, also die gibt es schon, die eins zu eins da die Sachen machen, da kann man auch die Stimme selber klonen, ohne dass man es irgendwie fünf Stunden einsprechen muss. Ich finde es geil für so Briefings, für so Morgen-Briefings, so 30 Sekunden, zwei Minuten maximal Audioschnipsel, fände ich es geil, würde man sogar reinpfeifen. Alles, was drüber ist, finde ich dann schon ein bisschen nervig und bei Video, so KI-Videos, also der humane Aspekt, die müsste schon jemanden sehen, weil da gab es ja andere irgendwie in der Studie, oder, dass 30 Prozent vom YouTube-Revenue was da rausgeballert wird, so KI-Videos einfach sein, wo keiner vor der Kamera steht, irgendwie so der frühe Vogel fängt den Wurm oder irgendwie so lebensentscheidende Tipps und Tricks, die echt keinen Menschen interessieren, aber die sehr Clickbait sind. Wo ich so einen Nutzen sehen würde, das würde ich sofort kaufen, das wäre mir absolut wurscht, ist B-Roll für Videos einfinden, weil da kann ich mich mal aus dem Fenster schmeißen, hier aus dem Office, wenn es dann heißt, mach mal B-Roll für YouTube-Video von 15 Minuten und dann suchst du die Dinge raus, dann müssen die Mädchen dann Color Grading hin und her. Was, wenn du so ein Video hättest, du haust es rein, es wird transkribiert und dann sagt dir hier an der Stelle, die und die Videoschnipsel kannst du da auswählen, hau rein, fertig. Das wäre absolut geil. Für KI, für so Podcast-Interviews zum Cutten verwenden wir schon. Da haben wir ein paar Videokarte arbeitslos gemacht, sorry, weil Autopod absolute Empfehlung ist ein Premiere Pro Extension Plugin, kostet irgendwie 29 Dollar im Monat und kann auch Multicam. Also wie gesagt, du hast jetzt zwei, drei Camera Angles und sagst einfach, Sprecher 1 ist jetzt der Mario, Sprecher 2 ist der Florian und dann hast du die Audiospur, Spur 1 ist der Mario, Spur 2 ist der Florian und jetzt cutt man und schaltet man einfach hin und her. Riverside hat sich alle eingebaut, kannst du ja auch hin und her schalten im Export dann und dann macht er das und das also wirklich klickst auf Process und dann Kaffee in der Nespresso Maschine, wenn der fertig ist, ist ein Video von 60 Minuten gecuttet so ungefähr. Natürlich muss man nochmal drüber schauen, aber so das war halt für ein 60 Minuten Video so Kamera Multicam Editing, das war halt locker eineinhalb, zwei Stunden Aufwand. Auch wenn du mit Shortcuts gearbeitet hast, so kann man das einfach hin und her switchen so. Das ist geil, Soundbearbeitung ist cool, da haben wir iZotope RX 11 ist jetzt erst neu herausgekommen, so die Sachen, die helfen halt ungemein. Die sind halt sehr prozesshungrig. Kleiner Spoiler, das Adobe Podcast, das finde ich absolut für den Arsch, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, das ist halt echt furchtbar von der Qualität her, weil da viele auch sehr drauf plädoyieren, aber ja, also KI auf alle Fälle viel, ja. So ein Thumbnail-Tool wäre ja ganz geil irgendwie für YouTube-Videos. Habe jetzt noch keins gefunden. Obwohl Midjourney macht schon ganz gute Sachen, so als Hintergrund und Spoiler Alert, so KI, also Midjourney-Bilder für LinkedIn-Posts zu Podcasts funktionieren richtig gut. Ich weiß nicht warum, aber die finden es halt lustig, die Leute. Okay. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Und für Werbeanzeigen. Also ich weiß, dass mein... Genau, und für Werbeanzeigen, für Ads. Ich weiß, dass mein Cutter seit neuestem AutoCut ausprobiert. Weiß nicht, ob du das kennst. Genau, das ist die Konkurrenz. Ja, ja, AutoCut, genau. Also AutoCut und AutoPod. AutoCut ist ja von diesem Inder-YouTuber. Mir fällt der Name nicht ein. Genau. Der hat das auch gebaut. Ja, es ist das Gleiche so ungefähr. Ja, kannst du ja einmal kaufen, AutoPod. Ja, also es ist sehr spannend. Wir haben das jetzt erst relativ neu. Er kam relativ schnell zu mir hier. Die Version, die ich jetzt nutze, die läuft aus. Wir brauchen hier ein etwas besseres. Aber ich spare hier mit, keine Ahnung, 30 Minuten pro Podcast. Wie auch immer. Wenn ich jede Woche mindestens einen und wir haben ja auch noch drei bis fünf Lesepodcasts, also Vorlesefolgen pro Tag, also fast jeden Werktag haben wir einen Magazinartikel, der rausgeht, den wir in einem Vorlesepodcast einlesen. Und wenn er da natürlich jedes Mal 10, 20 Minuten sparen kann, dann ist das natürlich mit, keine Ahnung, 30 Euro im Monat relativ schnell klar, dass man so ein Tool sich reinholen sollte. Ja. Das finde ich dann schon sehr spannend. Ja, Zeit, Geld, ja sowieso. Also Zelleffektiv, also bei uns zum Beispiel, natürlich kann jetzt ein Kunden 500 Euro auf die Rechnung knallen für ein Video, weil da ein Cutter sitzt und das romantisch da macht. Aber, also bei Imagefilmen und sowas, Hype, Straction Valley würde das natürlich nicht machen, aber es ist Podcast so. Das ist halt abwägen, ja. Und dann, ich will ja nicht, dass der Kunde das kauft und dass er jetzt Adobe Premiere kauft oder DaVinci Resolve oder sowas, dann machen es wir heute, aber dann kostet es halt minimal, so 10, 20 Euro mehr pro Ding, aber fertig. so, also bei uns, wir haben es gemerkt, wir können heute wesentlich mehr abreißen, so, wir sind schneller, der Output ist homogener, sagen wir mal so, von den Texten her, von den Wörtern, von den Ganzen. Die Kunden sind genauso happy, genauso happy oder noch happier. Also von dem her, es macht, also wenn man KI im Ding hat, ich glaube, ich gebe auch für Subscriptions locker mal 1.000 oder 1.200 Euro im Monat aus für so diverse Sachen, ich weiß es gar nicht, schande über mich, aber so ein, ja, 20-Stunden-Mitarbeiter im KI-Tools habe ich schon dementsprechend an Ausgaben pro Monat. Aber ich glaube, wenn ihr das mit Manpower kompensieren müsst, ja, ihr würdet locker 5.000 Euro dafür ausgeben, also easy oder mehr. Cool. Ich hoffe, wir haben ja allen hier wieder einen guten Abriss gegeben, was da draußen gerade so los ist, beziehungsweise Empfehlungen, wenn ihr euch in der Lage gefühlt vor der Kamera zu stehen, YouTube auf jeden Fall mitzunehmen, das kann nicht schaden, selbst wenn diese Videos am Anfang vielleicht nicht so viele Personen haben, die das schauen, wie euren Podcast hören, denkt bitte dran, YouTube ist eine Suchmaschine und wenn ihr euch mal bei den erfolgreichen Plattformen anschaut, welche Videos die beliebtesten sind, also es sind ja die, die die meisten Views haben, dann sind es häufig die, die schon ein paar Jahre alt sind, sprich, die Videos auf YouTube fangen aus, nach hinten raus zu performen, ja, also typisch Suchmaschine und es lohnt sich, wenn ihr da konstant dranbleibt, wenn ihr da stringent immer weiter eure Videos produziert macht, dann wird es Videos geben, die auch anfangen auf YouTube zu ranken und die euch dann auch langfristig neue Hörer, neue YouTube-Follower, aber auch ja ganz einfach mehr Sichtbarkeit geben, dementsprechend ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr euch in der Lage fühlt, euch zutraut, vor der Kamera zu stehen, ich persönlich finde es nicht, als dass es ein Rocket Science ist, aber das kann auch typbedingt so sein, weil ich einfach viel rede und viel vor Menschen stehe, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich kann euch nur animieren, nutzt, wenn ihr es nicht könnt, nutzt Hilfe, ich meine, allein der OMT, wir bieten eine Speaker Academy an, ja, die kostet ein paar Euro, aber ihr müsst ja nur einen Auftrag über eure YouTube-Videos bekommen, dann ist das mehr als refinanziert und mit solchen Formaten und das muss ja auch nicht bei uns sein, da gibt es noch genug andere, die das im Markt anbieten, sicherer vor der Kamera zu werden, sicherer vor Menschen zu werden, ist ein gutes Investment, wenn man Podcast betreibt, aber diesen Podcast vielleicht auch als Video rausbringen möchte, also klare Empfehlung, versucht euch mit beiden anzufreunden, übt, gebt euch ein bisschen Zeit, besorgt euch ein gutes Equipment und vielleicht holt ihr euch am Anfang auch vielleicht einen Coach dazu, so wie Florian und sein Team, die euch vielleicht am Anfang auch ein bisschen an die Hand nehmen, das kann dann sicherlich gerade zu Beginn auch noch sehr stark helfen. Habe ich irgendwas vergessen, Florian? Würdest du irgendwas anders sagen? Nö. Ja, ich würde nur so einen kleinen Abriss machen zur Erwartungshaltung immer, weil das ist ja auch, du sagst, so viele Klicks und viele Downloads sind wichtig, speziell jetzt, wenn man B2B machen würde, also wirklich nicht die Erwartung haben, dass da tausende Leute auf dem Podcast stürmen oder auf dem YouTube-Kanal stürmen. Ich hatte auch vor zwei Wochen jemanden hier von so einer YouTube-Agentur, wir haben dann einmal darüber gesprochen und der sagt ganz klar, für B2B, wenn ein Video wieder agiert, wäre es sogar eine Themaverfehlung für die Zielgruppe, weil es sehr unspezifisch wäre und da hat er nicht so ganz Unrecht. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung erzählen, so mein Podcast, der macht jetzt 1.000, also wir sind eineinhalb Monate dabei, 1.000 Klicks so pro Monat, der YouTube-Kanal, weiß ich nicht, pro Video, 40, 60 Views, also super überschaubar, also gering, da würden schon viele in Strahlen kotzen wahrscheinlich und sagen, was ist denn das für Scheiß, funktioniert ja gar nicht, aber ich habe jetzt in zwei Monaten vier Kunden drüber gewonnen, die zahlen jetzt auch nicht 1,50 Euro bei mir, sondern die bleiben jetzt einmal sechs Monate, aber da war der Podcast und der YouTube-Kanal halt auch entscheidend, wichtig immer, zusätzliche Vermarktung halt so, also nicht einfach nur hochladen und dann, ju, let's go, sondern die Vermarktung ist schon entscheidend für den Erfolg im Ganzen, macht sie eher fleißig, da wird ja überall mit reingepusht, gedrückt, wo es nur geht, dass die Leute halt irgendwann irgendwo mal hängen bleiben am Podcast oder am YouTube-Kanal. Es ist immer schade, dass man den Podcast so schlecht tracken kann, also was für eine Conversion, also klar, manchmal sagen die Leute, wie sie auf uns gekommen sind, aber da ist halt, da fehlt halt einfach das Stück, dass man nicht von da nach da klicken kann, außer es geht über die Shownotes, aber ich bekomme zu... Keiner klickt in die Shownotes. Ich bekomme, ja, man kann klicken in die Shownotes und da kann ich es auch tracken, aber per se aus dem Video heraus ist es halt einen Ticken schwerer, beziehungsweise Video geht ja noch, aber aus dem Podcast, aus der Hörspur heraus, da geht es ja nicht. Nichtsdestotrotz bekomme ich bei keinem anderen Medium, also nicht bei jeder Folge, aber ich bekomme bei keinem anderen Medium es so häufig zurückgespielt, dass ich dich über den Podcast wahrgenommen habe, weil wenn du im Ohr bist, bist du halt sehr präsent. Wenn du ansonsten bist du vielleicht nur auf dem Second Screen oder mal so nebenbei wahrgenommen, wenn dich jemand bewusst aufs Ohr nimmt, dann ist meiner Meinung nach die Akzeptanz, Erreichbarkeit, wie auch immer, die Deutlichkeit einfach mehr, viel mehr gegeben, als wenn ich irgendein anderes Medium nutze. Deswegen bin ich Fan von Podcasts und werde das auch immer weiter vorantreiben, weil ich, gut, jetzt sind unsere Zahlen auch nicht so schlecht und ja, wir sind ja eher, auch wenn wir in der Nische unterwegs sind, ein Reichweitenportal, also ja, wir haben vierstellige Downloads und das ist auch gut so und ich hoffe, dass es auch noch ein paar mehr werden, aber nichtdestotrotz bin ich bei dir. B2B, es gilt bei allem, nicht der Traffic ist interessant, sondern die Art des Traffics, also die Qualität des Traffics und genauso ist es bei den Hörern. Ich habe lieber nur zehn Hörer, aber dafür die zehn richtigen, deswegen kann ich voll nachvollziehen, bin ich auch, würde ich auch sofort mit unterschreiben. Ja, und wie viele Folgen habt ihr jetzt online auf dem OMT Podcast? Boah, 200, 300, 500. Ja, ich glaube irgendwas zwischen 200 und 300, ich kann es direkt sehen, ich glaube 230 plus minus bei dem Interview Podcast, 215 haben wir jetzt online, du wirst 217 sein, also wenn ihr das jetzt hier hört, haben wir 217 und im Vorlesepodcast sind wir glaube ich schon bei 6, 700, da sind die Zahlen auch einen Ticken geringer, das muss man ganz klar sagen, weil das Vorleseformat ist nicht für jeden etwas, weil wir lesen halt einfach nur vor und manchmal braucht man ja auch ein bisschen Interaktion oder mal was Polarisierendes und so weiter, aber wir wissen von einigen wirklich treuen Hörern, die uns jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit hören und sagen, ich nutze das, um einen Artikel pro Tag zu konsumieren, weil ich habe genug Zeit im Auto oder in der Bahn und deswegen meinen wir es auch immer weitermachen, die Zahlen sind auch gut, aber nicht so gut wie bei dem anderen Podcast. Also wenn ich einen Abschluss Senf dazugeben kann von der Conversion, du kennst es ja auch, ihr schaltet jetzt wahrscheinlich Affil-Werbung und wir schalten Affil-Werbung, auch so dieser Touchpoint, vom Touchpoint, ersten Touchpoint bis zum finalen Touchpoint von der Conversion, dass der Kunde sagt, er kauft jetzt bei dir oder er bucht einen Termin, es ist ja heutzutage extrem schwierig da nachzuvollziehen. Klar, wenn du jetzt sagst Facebook-Ads und dann trägt er sich aufgrund der Facebook-Ad jetzt da ein, klar, das Tracking ist auch wieder kompliziert oder bei Google, keine Ahnung, aber du weißt ja nicht, was vorher alles passiert ist, wann war der wirklich der erste Touchpoint und wie lang ist der oder die schon in der Pipeline und wie viele hundert Folgen hat der schon angehört von dir? Deswegen auch, da beiß ich mir auch selber so einen Arsch, das Tracking, das wäre halt schon geil, aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass wenn du heute einen Podcast hast, den aktiv bespielst, länger bespielst, genauso mit YouTube, dass die Kunden, die heute reinkommen oder die Anfragen reinkommen, dass sie jetzt wesentlich gehypter sind. Ich hatte jetzt da mit meinem Kanal erst Gespräche, hey Florian, hey, wie schaut's aus? Cool, mega geiler Podcast, noch nie von dir gehört und du warst schon gleich vorher auf dem Dampfer. Das ist halt schon anders bei den anderen, ja, Herr Schadner, wie schaut's denn aus und so, was machen Sie denn? Erklären Sie mal, da waren 10 Folgen von mir online, das Wahnsinn, so dass er irgendwie 100 Folgen online waren, aber das Feeling war halt schon anders und ob es jetzt der entscheidende Grund war, I don't know, ob er zum Sale beigetragen hat, ja, 100% natürlich, of course, und wenn man sagt, man macht halt im Jahr irgendwie 10 Kunden, 15, 20 Kunden mehr, die fünfstellig unterwegs sind, ja, um Gottes Willen, dann lohnt sich's ja sowieso, also das ist jetzt Zeit, Invest, gleich Return, außer der zählt's natürlich scheiße, dann ist natürlich für den Katz so, aber es lohnt sich immer. Sehr spannend, sehr spannend, ja Florian, wir sind durch, danke, dass du da warst. Perfekt, danke für die Zeiss, danke für die Chance und dann hören wir uns in fünf Jahren wieder. So machen wir's. Genau. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Florian noch ein Hinweis von mir, wir sind jetzt mittlerweile im Juni angekommen und der Juni ist pickepacke voll mit Webinaren, so in voll wie, glaube ich, noch kein anderer Monat in diesem Jahr und dementsprechend schaut mal unter omt.de slash Webinare ganz viele tolle neue Inhalte, alle kostenfrei für euch, wir freuen uns, wenn ihr euch anmeldet, uns nutzt, uns weiterempfehlt und ja, wir sind raus, in diesem Sinne, euer Mario. Ciao, ciao. Adios.